hey leute und willkommen zu einem kleinen video das war komisch ja das stimmt aber es gibt was kleines anzukündigen denn heute kam zwar schon ein video football manager rechts oben im i verlinkt unbedingt vorbeischauen am wochenende kommt vielleicht auch noch ein video ich hab grad zeit und bock naja wobei also ich habe schon viel stress denn morgen gibt es was richtig richtig cooles ich bin nämlich dabei bei einem fifa turnier und das ganze organisiert von fanteam wer fanteam noch nicht kennt der hat mal meinem kanal nicht ganz so gut aufgepasst und in der video beschreibung der link denn fanteam ist eine sportwetten seite ja habe ich ja das ein oder andere schon mal was zugemacht ich möchte hier noch mal an der stelle sagen bitte macht das verantwortungsbewusst wenn ihr 18 jahre seid überlegt gut und erst dann eure wette platzieren fanteam hat mich auf jeden fall zu einem fifa turnier eingeladen wo verschiedene gegner aus verschiedenen ländern gegeneinander antreten werden das ganze und da ist auch der link in der video beschreibung wird dann morgen auf dem twitch kanal gestreamt die werden das ganze auf englisch machen also das dann nur für die leute die auch wirklich englisch verstehen aber da werde auch ich dann morgen drei matches und samstag drei matches zocken mit dem fc bayern münchen das wird meine mannschaft sein und ja jetzt bin ich mal gespannt wie das dann läuft falls ich freitag und samstag die gruppenphase sozusagen überstehe komme ich dann weiter ins halbfinale und ins finale und das findet sonntag statt also das ganze wochenende gibt es auf jeden fall action und ihr könnt damit rein schalten wenn ihr auf diesen link unten in der video beschreibung von fanteam drückt wo man die wetten platzieren kann dann seht ihr auch wann ich spiele und gegen wen wie gesagt falls ihr wetten möchte bitte verantwortungsvoll damit umgehen dann könnt ihr das da auch machen und eine wette auf mich oder auch meinen gegner platzieren je nachdem was ihr denkt wer besser ist falls ihr nicht wetten möchtet wie gesagt einfach mal die uhrzeit abchecken wann ich da denn zocke und mich unterstützen mir die daumen drücken dass ich weiterkomme und im halbfinale finale dann am ende stehen werde das war es eigentlich schon eine wichtige sache gibt es noch zu sagen ich weiß nicht was ich anziehen soll ihr könnt abstimmen rechts oben im i und dann würde ich mich bedanken fürs zuschauen haut rein bis dahin und tschau tschau nein ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.